So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Es ist Samstag, kurz vorm Sea-Day. Jetzt ist es 12.13 Uhr, 14 Uhr geht der Sea-Day los. Da werde ich mit Pupsi eine Stunde draußen unterwegs sein, spazieren gehen. Wir werden streamen, sind gerade angekommen. Und ich habe schon gesehen, gestern Abend, das nächste Event wurde angekündigt. Wir befinden uns ja gerade in einem Event, was die meisten halt jetzt nicht so spektakulär finden, dass es eigentlich nichts Neues gibt. Ja, aber das nächste Event hat es, gefühlt, wieder in sich. Wenn ich mir mal die Pokémon angeguckt habe, plus den Krypto-Bonus Giovanni mit neuer Spezialforschung, neuem legendären Krypto-Pokémon. Die Leute haben ja die ganze Zeit drauf gewartet. Aber, das jetzt gleich detailliert, erstmal die Überschrift hier lesen. Psst, steht da. Schillernde Iguana und schillernde Kaburiki lassen es beim Event Hochspannung krachen. Außerdem tritt Team-Go-Rocket auf den Plan. War ja bekannt, dass jetzt nach Regi-Eis dann Kaburiki kommt. Als Raid-Boss Kaburiki wird das erste Mal als Shiny verfügbar sein. Und wir können uns eigentlich schon denken, wie es dann im Februar weitergeht, dass also abwechselnd wohl die Regis kommen und die Kapus kommen. Und die Kabus alle wohl Shiny eingeführt werden. Denn ich freue mich bei den Regis, da ich da noch ein paar Bonbons brauche bei manchen. Die Kabus als Shiny brauche ich natürlich alle vier, ihr auch. Das hat noch gar keiner. Und das Event klingt für mich auch schon mal interessant, weil es ja eher um Elektro geht. Elektro? Elektrostahl? Sowas in der Kombination. Deswegen passt Kaburiki da sehr gut rein. Trainer, beim Event Hochspannung wartet Spannendes auf euch. Wilde Elektro-Pokémon erscheinen häufiger und ihr könnt bei Raid-Kämpfen der Stufe 5 gegen das legendäre Pokémon Kaburiki antreten. Einen der Schutzpatronen der Alola-Region. Darüber hinaus könnt ihr mit etwas Glück zum ersten Mal schillernden Iguana und schillernden Kaburiki in Pokémon GO begegnen. Guck, sie isst gerade Samyang, ich glaube ihr ist es zu scharf. Lebst du doch? Uns ist außerdem zu Ohren gekommen, dass Team Gerocket mit neuen Krypto-Pokémon für Ärger sorgen wird. Bleibt also wachsam Trainer. Neues Shiny, neues legendäres Shiny, neue Kryptos, neue Spezial, neue und Frustration verlernen ist auch natürlich wieder dabei. Das heißt, jetzt haben die Leute schon mehr Bock auf das nächste Event als auf das, was gerade da ist. Das Ganze geht los am Freitag, 27. Januar. Speichert es euch wieder in den Kalender ein, schreibt es euch irgendwo hin. 27. Januar, 10 Uhr bis Sonntag, den 5. Februar, 23.59 Uhr. Also von Freitag bis Sonntag. Freitag, das ist ja einer, ne? Das ist jetzt über eine Woche, wenn ich das richtig lese, das passt. Was gibt es für wilde Pokémon? Pokémon, Rettan steht hier da, Rettan, Magnetilo, Slimer, Fritzl, Blitz, Gungapu, Elytseva, Kassadur, Iguana, Mabula. Und mit etwas Glück auch die Denne und Tarnel. Tarnel auf jeden Fall, ein Highlight davon. Metagross, Krypto-Megget, Metagross auf jeden Fall immer stark, immer 6er-Team gleich hochziehen, auf die Hand nehmen. Auch als Shiny verfügbar, hat er auch mal einen C-Day, kriegt vielleicht sogar nochmal einen C-Day Classic, da würden sich auch die meisten freuen. Die Denne wurde ja jetzt als Shiny neu eingeführt. Äh, Iguana neu als Shiny, wird dann mein Ziel sein. Magnetilo, auch ein gutes Stahl, Elektro-Pokémon, gerade mit Magnezone habt ihr da einen kräftigen, starken Counter, wenn ihr sonst keine großen Alternativen habt. Sonst, den Rest braucht ihr eigentlich nicht. Mir reicht schon Magnetilo, Iguana und Tarnel, damit ich 3 Highlights hier habe, wo ich gerne ein bisschen fangen möchte. Raid-Kämpfe, Raid-Kämpfe der Stufe 1, Alola-Slimer, Scheinux, Bronzel, Klick, Iguana. Ich würde Iguana nicht raiden, ich würde es wirklich probieren in der Wildnis zu bekommen. Manche wollen aber trotzdem für ihre Medaillen jedes Pokémon mal geradet haben. Klick, wer noch keinen Shiny hat, könnte hier die Chance nutzen. Aber ich denke mal, wie Scheinux, wird auch Klick irgendwann ein Seaday bekommen, also könnt ihr auch darauf warten. Bronzel, für mich gefühlt eine erhöhte Shiny-Rade. Wenn das irgendwo wild war, habt ihr immer ein Bronzel-Shiny mit rausgezogen. Ist ein cooles Pokémon, hat einen coolen Sound. Scheinux hat auch sein Seaday gehabt. Alola-Slimer, gut, red mal jetzt nicht drüber. Raids der Stufe 3, Ormod, Galas-Mog-Mog, Blitzer, Flung-Kiefer. Flung-Kiefer kriegt ja auch irgendwann noch seine Mega-Entwicklung und wird in Mega-Rades erscheinen. Müsste man jetzt also nicht als Shiny raiden, kann man dann ja mit Mega-Energie aus dem Mega-Rade plus Shiny Hand bekommen. Blitzer würde ich auch nicht raiden. Galas-Mog-Mog, wer da noch keins hat, kein Shiny, gibt es eigentlich immer nur in Raids. Deswegen ist das auch eines der seltenen Shinies noch mit. Und Raid-Camp mit der Stufe 5, Cabo-Rigi, Rigi-Steel. Hier ist schon mal Rigi-Steel auch zu sehen, denn nach Cabo-Rigi kommt Rigi-Steel. Momentan haben wir Rigi-Eis, dann kommt nach Cabo-Rigi Rigi-Steel. Habe ich einen Hunderter, brauche ich trotzdem Bonbons zum Hochziehen. Auch natürlich als Shiny verfügbar. Passt also sehr gut. Da das Event ja in den Februar mit reingeht, haben sie hier schon mal ein Stück vorgegriffen. Steht auch da, Cabo-Rigi erscheint also bis zum 1. Februar. Und ab dem 1. Februar bis zum 8. Februar Rigi-Steel. Falls ihr schon mal wissen wollt, wie die 5er-Bosse im Februar weitergehen. Mega-Rades ist dasselbe. Solange wie Cabo-Rigi da ist, gibt es Mega-Gengar. Wenn Rigi-Steel dann reinkommt, gibt es Mega-Aerodaktyl. So, Eier. Eier aus den 7 Kilometer Eiern. Alola, Sandan, Panzer, Aeron, Elyzeber, Flunschleg, Gala, Flunschleg, Iguana und Dedenne. Eier werde ich wieder mal gar nicht brüten. Ich bleibe weiterhin bei den 12 Kilometer Eiern. Vielleicht mal für ein 100er Molung oder nochmal ein paar weibliche Molung oder 100er Garnowill. Das sind meine Highlights. Hiervon brauche ich ansonsten soweit nichts. Wer ein paar Sachen für die GBL möchte, kann sich hier an Gala Flunschleg oder so rantrauen. Flunschleg. Oder trotzdem auf Shiny-Jagd mit Iguana gehen in Eiern. Pokémon bei Feldforschungen. Voldobal, Hisui, Voldobal, Plusle, Minun, Emolga, Iguana. Also, Iguana habt ihr wirklich überall. Wild, Feldforschung, Eier, Raids. Da das Shiny zu bekommen, sollte eigentlich gut möglich sein. Emolga ist hier drin. Ist eigentlich auch ein selteneres Pokémon. Und ansonsten, Elektro-Ball, Voldobal, Hisui, Voldobal, passt alles sehr gut. Plusle, Minun auch. Und auch als Shiny verfügbar, außer halt Hisui, Voldobal und Emolga. So, das ist das eine zu diesem Elektro-Event, was, wie gesagt, am 27. Januar, am Freitag, startet. Ich werde natürlich auf Shiny-Jagd gehen, Iguana. Und natürlich auf Shiny-Jagd gehen mit Cabo Riki. Bevor ich dann mit Riki-Steel-Bong-Bong-Farmen weitermache. Während des Events mittendrin fängt am Mittwoch, dem 1. Februar, aber eine neue Team-Go-Rocket-Übernahme an. Meistens kommen da ja mehr Rübel. Wir haben mehr Ballons. Die Team-Leader, also die Rocket-Leader, die Rocket-Bosse wechseln ihre führenden Pokémon, die dann auch Shiny sein können. Generell sind andere Krypto-Pokémon freigeschalten, die ihr bekommen könnt. Und es gibt auch wieder eine neue Forschung mit Giovanni, der diesmal also Krypto-Rigi-Steel hat. Rigi-Steel ist dann auch in Raids. Er hat das dann als Krypto da. Rigi-Eis ist jetzt in Raids. Gibt es nicht als Krypto. Wann wollen die das reinbringen? Man weiß es nicht. Und die Frage war ja sowieso, die letzten Leute mit der letzten Rocket-Forschung konnten am Ende eben einen Mewtwo bekommen. Und haben immer gesagt, was machen sie jetzt? Sie haben einen alten Radar gehabt. Haben den direkt für Mewtwo angewandt. Und den aus der aktuellen Forschung heben sie sich noch auf. Oder sollen sie ein zweites Mewtwo sich holen? Ich bin einer. Ich möchte ja trotzdem von jedem Pokémon mindestens einmal das haben. Das heißt, ich würde natürlich die neue, also wenn ich einen habe, für Rigi-Steel nutzen. Wenn ihr jetzt noch einen alten habt und dann eh einen neuen kriegt, dann würde ich an eurer Stelle den alten jetzt aber noch einlösen für Mewtwo. Und dann mit dem neuen halt Rigi-Steel abholen. Sodass ihr euren Zusatzradar, den ihr vielleicht habt oder aufgehobenen, für Mewtwo nutzt. Lieber Mewtwo, Krypto-Mewtwo mitnehmen, als dass ihr dann zwei oder drei Krypto-Rigi-Steel habt. Ich glaube, da reicht wirklich, wenn ihr eins habt. Rettet Krypto-Rigi-Steel. Giovannis Eisner-Wille ist so stark wie eh und je. Dieses Mal setzt der Krypto-Rigi-Steel für seine Machenschaften ein. Zu Beginn dieses Events wird eine neue Spezialforschung freigeschaltet, schließt die Aufgaben ab, um ein super Rocket-Radar zu erhalten und Giovanni aufzuspüren. Die Spezialforschung kann bis zum Ende der Jahreszeit neun mysteriöse Wünsche abgeholt werden. Also bis zum 1. März 10 Uhr. Ihr könnt also, bevor das anfängt am 1. Februar, noch den Januar jetzt wirklich nutzen, ein Mewtwo abzuholen. Wer jetzt noch nen Radar hat, holt euch jetzt noch Mewtwo ab. Man kann die sich immer aufheben, die Radare, dass man diese Toy-Schrübel hat, um mehr Rockets zu machen. Aber Kurt, wenn ihr dann schon wisst, was danach kommt, sollte die Entscheidung klar sein, dass man dann das Mewtwo abholt. Wer hätte jetzt hier gestanden, der hat plötzlich Krypto-Rei-Quaser dabei und ihr habt schon 2 Krypto-Mewtwo, hätte ich gesagt, holt euch lieber 2 Krypto-Rei-Quaser, was sich vielleicht auch lohnt und fett ist. Aber bei Registil würde ich dann lieber auf Mewtwo nochmal gehen und mir nur ein Registil holen. Event-Bony. Team-Gorocket erscheint häufiger bei Pokestops und Ballons. Ihr könnt eine Lade-TM verwenden, damit ein Krypto-Pokémon die Ladattacke Frustration vergisst. Das ist ein wichtiger Punkt, auf den die meisten Leute immer warten. Frustration verlernen, Frustration vergessen. Das braucht wirklich niemand. Die Kryptos haben das sowieso standardmäßig immer drin. Nutzt also den Event-Zeitraum ab 1. Februar und verlernt überall Frustration, wo Frustration drin ist. Gebt am besten also Add Frustration ein in eurer Pokémon-Suche. Dann werden euch alle Pokémon angezeigt, die Frustration als Attacke haben. Und dann könnt ihr unter diesen einfach auswählen und das verlernen. Oder sortiert vorher schon mal aus, Kryptos, die ihr sowieso nicht braucht. Verschickt die einfach, bevor ihr jetzt bei 100 Stück das verlernt und ihr dann 50 davon eh verschickt. Verschickt halt erst die 50 und bei den restlichen 50 verlernt ihr dann die Attacke und macht eine normale drauf. Krypto-Pokémon. Die Team-Gorocket-Rüpel und ihre Anführer Sierra Cliff-Alo setzen jetzt andere Krypto-Pokémon ein. Hilft Spark, Blanche und Candela dabei, ihre Erzfeinde zu besiegen und die Krypto-Pokémon zu retten. Als wäre das noch nicht genug, hat Team-Gorocket nun auch die folgenden Pokémon zu Krypto-Pokémon gemacht. Besiegt Team-Gorocket-Rübel, um sie zu retten. Wir haben hier Krypto-Alola-Wulpix, Krypto-Spoink, Krypto-Elezeber, Krypto-Wazapf und weitere Pokémon. Krypto-Alola-Wulnona vielleicht in der Hyper-Liga. Interessant. Oder hier Krypto-Wazapf-Weiterentwicklung hier, diese dreckige Spinne. Ansonsten, ja, freut man sich eigentlich immer, wenn man neue Sachen hat. Vielleicht gibt es ja Leute, die den Living-Krypto-Decks sammeln, die also jetzt auch da wieder alles mitnehmen wollen. Und weitere Pokémon wäre natürlich nützlich, weil wir wollen ja eigentlich wissen, welche Vorstände jetzt welches Pokémon haben, was dann auch scheinlich sein kann. In den 12-Kilometer-Eiern hat sich, glaube ich, nichts getan, so wie ich das sehe. Okay, die folgenden Pokémon schlüpfen aus 12-Kilometer-Eiern. Klar, die hier Lavita, Absolpion, Scora, Garnoville, Zucho-Cakes, Gladiandris, Galick, Kabuno, Pam-Pam, Algit, Molung. Molung? Wenn das mal Shiny kommt, wird es auch sehr interessant. Nutzt die Chance weiterhin auf weibliches Molung. Nutzt vielleicht auf ein gutes Garnoville, ein gutes Pam-Pam. Aber an sich sind das trotzdem auch nur Pokédex-Eindräge, so wie ich das sehe. Lavita schlüpft, aber der hat, wie gesagt, heute seinen Seed-Day. Die Gladiandri, wer noch kein Shiny hat, ist das letzte Shiny, was hier hinzugefügt wurde, was man mitnehmen kann. Sieht auf jeden Fall auch gut aus. Es wird eine Feldforschungsaufgabe verfügbar sein, für die ihr ein mysteriöses Teil bekommt. Das ist aber auch sehr nett. Und das war es eigentlich alles. Hat sie ein bisschen gezogen, aber es gibt auch viel bei dem Event eben zu entdecken. Also ich finde das Event cool, habe jetzt schon Bock drauf. Elektro-Pokémon sowieso immer für mich ein Highlight. Ich mag einfach den Typ Elektro, deswegen fand ich Zekrom auch besser als Rigi-Rahm, weil ich Elektro einfach besser finde als vorher. Und da wird es auch ein paar Videos wieder geben, wie ich Giovanni besiege, wie unser Rigi-Stil dann aussieht. Vielleicht ein Video zu den einzelnen Rocket-Bossen, wie wir die besiegen. Das wird auf jeden Fall wieder spannend. Mal Kabo-Rigi-Rades für Zuschauer machen, auf Scheidejagd gehen. Also da kommt einiges auf uns zu. Auf was habt ihr Bock? Habt ihr Bock? Zockt ihr den Seed-Day? Wann guckt ihr das Video? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses. Tschüss, Pupsi. Jetzt liegt sie da wie so eine Nudel.